Einen guten Morgen an alle da draußen. Hier ist Berlin Station. Ich begrüße zunächst die Delegierten zu Hause am Bildschirm. Ich begrüße die ehrenamtlichen Mitglieder, verbunden mit einem Glückwunsch an die erfolgreichen Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer in Baden-Württemberg unter Führung von Hans-Ulrich Rülke und in Rheinland-Pfalz unter Führung von Daniela Schmidt. Und ich wünsche den Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern in Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern, die der gesamten Partei dienen werden, für die Wahlkämpfe alles erdenklich Gute. Ich begrüße darüber hinaus die Spitzenkandidaten zu den bevorstehenden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Dr. Lydia Hüskens, in Berlin Sebastian Schaier, in Mecklenburg-Vorpommern René Domke. Liebe Parteifreunde und Parteifreunde, es ist nicht einmal ein Jahr her, da sahen uns Umfrageinstitute bei vier Prozent. In Zeitungen konnten wir lesen, die FDP befinde sich im Abstiegskampf. Die Partei der Freiheit und Eigenverantwortung seien Krisenzeiten außer Kraft gesetzt. Und wer, wie die FDP-Kritik am Kurs der Bundesregierung übe, der sei destabilisierend für unser Gemeinwesen. Und wir konnten im ganzen Land politische Stimmen hören, die sagten, dass der Wunsch nach Freiheit in einer Pandemie eigentlich unangemessen sei. Es wurden Grundrechtsbeschränkungen eingeführt, von der die Bundesregierung selbst nie richtig erklärte, ob diese Beschränkungen überhaupt ihren Zweck erfüllen können. Das Narrativ entstand, härtere Grundrechtseinschränkungen führten zu größeren Erfolgen in der Pandemiebekämpfung. Es wurde der Eindruck erweckt, die Bundesregierung könne den Menschen ihre Grundrechte zurückgeben. So als wäre es ein Gnadenakt für den mündigen Bürger und die Bürgerin, für die sie eigentlich dankbar sein müssten. Und als die eingesetzten Maßnahmen nicht funktionierten, wurde Schuldige gesucht. Im Dezember erklärte die Bundeskanzlerin, Menschen, die an der frischen Luft Glühwein trinken und Waffeln essen wollten, seien potenzielle Gefährder. In Düsseldorf zählen Spaziergänger, die am Rheinufer stehen geblieben sind, zu Pandemieträubern. Die sogenannte Bundesnotbremse stellte alle, die sich noch abends auf der Straße bewegten, unter Verdacht. Und wir mussten uns als Freie Demokraten einiges anhören. Wir seien völlig verantwortungslos, weil wir dem Wunsch nach Freiheit eine politische Stimme gegeben haben. Das sei Populismus. Wir seien verantwortungslos, weil wir darauf bestanden haben, dass der Rechtsstaat auch in Zeiten von Corona gilt. Wir seien völlig verantwortungslos, weil wir immer der Auffassung waren und sind, dass es nicht nur die Wissenschaft gibt. Stattdessen haben wir immer darauf gedrängt, einen politischen Ausgleich zu schaffen und bei politischen Entscheidungen nicht nur die wichtige Stimme der Virologen zu hören, sondern auch die nicht weniger wichtigen Stimmen der Eltern, der Kinder, der Künstler, der Selbstständigen und aller, deren Leben sich in den vergangenen Monaten dramatisch zum Schlechteren verändert hat. Liebe Freundinnen und Freunde, wenn die Verteidiger der Freiheit und des Rechtsstaats mit Populisten verglichen werden, dann sollte uns das nicht irritieren. Es sollte uns zu noch mehr anspornen, für die Freiheit und den Rechtsstaat zu streiten. Wenn das Populismus ist, dann will ich Populist sein. Worauf bin ich besonders stolz? Wir haben im vergangenen Jahr Durchhaltefähigkeit bewiesen und uns durch nichts und niemanden von unserem Weg abbringen lassen. Ich möchte an dieser Stelle meinen großen Dank an die Kolleginnen und Kollegen der Bundestagsfraktion richten, die in den vergangenen Monaten noch stärker zu einer freiheitlichen Kampfeinheit zusammengewachsen sind. Wir waren die einzige Kraft im Deutschen Bundestag, die sich für differenzierte Maßnahmen in der Corona-Pandemie stark gemacht hat, die sich für die Beachtung unserer verfassungsmäßigen Grundlagen eingesetzt hat und die nicht darauf vertraut hat, dass das Kanzleramt die Sache schon regelt, sondern die immer eigene und konstruktive Vorschläge eingebracht hat. Ich kann euch sagen, dieser Kampf hat sich ausgezahlt. Wir alle können stolz sein auf unsere Arbeit. Und selbstverständlich gilt mein Dank auch all jenen, die sich in diesem schwierigen Jahr für die liberale Sache stark gemacht haben. In den Länderparlamenten, in den kommunalen Vertretungen, in persönlichen Gesprächen mit Freunden, Bekannten und Fremden. Ich kann mir vorstellen, dass die besonderen Bedingungen der Pandemie viele Fragen haben aufkommen lassen, was unsere politische Mission sei. Ich denke, mittlerweile wissen es die Menschen in Deutschland. Dass sie es wissen, ist auch ein Erfolg jeder und jedes Einzelnen, die diese pädagogische Aufgabe geleistet haben. Liebe Freunde, ohne Frage werden wir gebraucht. Zum Beispiel, um Deutschland endlich digital zu machen. 2017 hatten wir ja unseren Bundestagswahlkampf darauf ausgerichtet und die Pandemie hat gezeigt, welchen Nachholbedarf wir haben und welche maßlose Selbstüberschätzung Union und SPD immer noch an den Tag legen. Wenn wir immer noch mit einer Technik aus den 80er Jahren die Gesundheitsämter vernetzen, dann ist das nicht nur peinlich, sondern kann im Zweifel gefährlich werden. Wir brauchen endlich einen digitalen Anschluss an die Weltspitze. Wir können nicht noch weitere vier Jahre warten, denn sonst bleiben wir dauerhaft abgehängt. Und wir werden auch deshalb gebraucht, weil wir die einzige Kraft sind, die auf eine größere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit setzt. Wir müssen alles dafür tun, dass wir wieder stärker aus der Krise herauskommen. Wer jetzt Steuererhöhungen fordert und Vermögensabgaben das Wort redet, hat den Schuss noch nicht gehört. Wir müssen unseren Fokus auf technische Innovationen richten, denn wir lösen die derzeitigen und künftigen Krise nicht durch Verzicht, sondern nur durch neue Technologien. BioNTech, Moderna und die anderen Impfstoffe sind nicht in Entwicklungsländern hergestellt worden, sondern in Industrienationen. Ohne technische Lösungen können wir unserer Verantwortung für die Zukunft unserer Kinder nicht gerecht werden. Nur mit unserer Innovationskraft können wir die Klimaziele erreichen und unseren Kindern und Enkelkindern neue Bildungschancen ermöglichen. Wir bleiben dabei, Bildung ist Bürgerrecht, Bildung ist Menschenrecht und deshalb müssen wir auf allen Ebenen dafür sorgen, dass jedes Kind dieses Bürgerrecht auch wahrnehmen kann. Wir wollen Persönlichkeiten, die in der Welt bestehen können und die eigenen Entscheidungen treffen, statt auf Ansagen der Regierenden zu warten. Die Pandemie hat uns gezeigt, worauf es ankommt und dass wir es sind, die dafür geeignete Lösungsvorschläge haben, statt pathetischer Appelle. Liebe Freunde, noch am 31. Dezember schrieb Die Zeit. Die FDP war 2020 unter den Parteien die größte Verliererin. Ihre Pandemie-Politik ist laut, aber uneindeutig. Am 15. Februar, also genau 46 Tage später, schrieb dieselbe Zeitung, gerade weil der Freiheit derzeit enge Grenzen gesetzt werden müssen, braucht sie kluge Anwälte. Gut, dass besonders die Liberalen ihre Oppositionsrolle ernst nehmen. Danke FDP. Wann haben wir sowas aus Medien schon mal gehört? Danke FDP. Was lehrt uns diese Geschichte? Dass wir nicht darauf hören sollen, was andere von außen an uns herantragen? Ich habe es immer wieder gesagt, wir sind 2017 in den Deutschen Bundestag eingezogen, ohne auf die klugen Ratschläge von Journalisten oder anderen zu hören. Hätten wir im letzten Jahr darauf gehört, wären wir heute nicht dort, wo wir gerade stehen. Warum also sollten wir wie die Zukunft darauf hören? Es ist viel wichtiger, dass wir selbst wissen, wofür wir stehen und dass wir uns mit vollem Herzen für diese Position einsetzen. Und es ist viel wichtiger, dass wir selber immer auch in der Lage sind, darüber miteinander zu streiten, was der bessere Lösungsweg ist. Deshalb freue ich mich auch auf die Beratungen zu unserem Bundestagswahlprogramm. Lasst uns gemeinsam das Freiheitlichste, das Vernünftigste und das am besten umsetzbare Programm erarbeiten, das am 26. September zur Wahl steht. Lasst uns darüber heftig und mit Herzblut streiten. Lasst uns innovative und mutige Lösungen für die nächsten vier Jahre und darüber hinaus finden. Und ab Montag gehen wir mit unserem Programm durchs Land und kämpfen mit breiter Brust für die gemeinsame Sache. Wir wollen mit diesem Parteitag natürlich auch den Freunden in Sachsen-Anhalt Schwung geben, damit sie in 23 Tagen mit einem starken Ergebnis in den Landtag einziehen können. An Lydia Hüskens und ihre Mitstreiter Sage sagt, wir schaffen das. Und wir wollen diesen Schwung nutzen, um am 12. September bei der Kommunalwahl in Niedersachsen unsere kommunale Basis-Dolli zu verbreitern. Und wir wollen am 26. September gemeinsam mit den Freunden in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen vier große Erfolge feiern. Für die Bundestagswahl muss es unser Ziel sein, das Ergebnis vom letzten Mal zu übertreffen. Wir wollen so stark werden, dass es ohne uns keine seriöse Regierungsbildung geben kann. Und mein persönliches Ziel ist es, dass die Freien Demokraten wie der drittstärkste Kraft in Deutschland werden an unsere Sportfans. Wir wollen aufs Treppchen. Liebe Freunde, ich möchte zum Abschluss noch ein paar persönliche Worte an die scheidende Kollegin Katja Suding richten. Katja hat sich entschieden, einen neuen Abschnitt in ihrem Leben zu gehen, außerhalb der Politik. Liebe Katja, so sehr ich diesen Schritt respektiere und mich für dich freue, so sehr empfinde ich dies auch als Verlust für uns alle. Ich möchte daran erinnern, wo die FDP noch im Januar 2015 stand. Bundesweit lagen wir nach Umfragen bei drei Prozent. Viele hatten schon das Totenblöckchen für uns geläutet. Die FDP befinde sich im Auflösungsprozess, hieß es. Die FDP sei Geschichte, sagten sie. Kaum jemand hatte uns noch auf dem Zettel. Uns allen war klar, dass wir unser Ziel, 2017 wieder in den Deutschen Bundestag zu kommen, nur über starke Ergebnisse in den Ländern erreichen. Und in dieser ernüchternden Stimme Stimmung kam und dann die Hamburger Bürgerschaftswahl. Die FDP erreichte dort das beste Ergebnis seit 40 Jahren. Es waren die Hamburger Freunde mit Katja Suding an der Spitze, die die Trendwende für uns geschafft haben, die auch mental für uns das Tor weit aufgestoßen haben. Von diesem Zeitpunkt an ging es bis zur Bundestagswahl nur noch bergauf. Hamburg war der Eisbrecher für uns alle. Ich kann sagen, liebe Katja, ohne dich wäre diese Erfolgsgeschichte so nicht geschrieben worden. Die gesamte Partei ist dir zu großem Dank verpflichtet. Im Namen der gesamten FDP möchte ich dir ganz herzlich Danke sagen. Liebe Freundinnen und Freunde, und nun geht es los. Wir haben drei Tage Zeit, unsere Führungsmannschaft zu wählen und unsere programmatischen Vorstellungen zu formulieren. Es liegt an uns, wie Deutschland und Europa in den kommenden Jahren aussehen sollen. Es liegt an uns, wie wir wieder den Fortschrittskreis in unserem Land wecken. Es liegt an uns, in welcher Welt unsere Kinder und Enkelkinder aufwachsen. Nie gab es mehr zu tun. Fangen wir einfach damit an. Ich erkläre den 72. Ordentlichen Bundesparteitag der Freien Demokratischen Partei für eröffnet.